und ja ich nehme ich die würfel nicht mit einem dazu kommt ich habe ich habe ich fange an okay in meiner droppe ist ja möchte ich den ich habe ein altes deck ausgebaut war nicht in ruhe nicht in alle war nicht in ruhe nicht wir können noch mal ist nein es wird gut nein ich wird in ruhe nicht danach kommen wir gerne noch mal dann spiel ich gegen die wälder hat in ruhe nicht okay ich kann mir jetzt ein ding ist man was machen sachen okay gar nicht mehr wohnen ich geht über wann wir meinen ganzen ding als ich aktiviere die unische spitze ja ich möchte mir eine unigkeit auf die hand nehmen ja und ich habe eine du verbannst sehr gerne eine aber nicht richtig das weg mit vielen karten ja ich umgezogen so noch vier fünf verschiedene karten nicht mal dreimal jemals spielt und wollen ja mehr brauchen dann möchte ich schlummer auf meinen ne quatsch doch schlummer auf meinen munnen aktivieren ja kann nicht zerstört werden jetzt ist eigentlich wie viel und du musst natürlich drei runden trigger drei stück und das deck bei ziehen nennen das jetzt dann bist du altes deck das ist aluber witzig machen das ist nicht nur die engine mit drin aber das ist ja in deiner drohe ja möchte ich die unig goldene sünde aktivieren du darfst eine karte ziehen und verband die obersten vier da du eine karte gezogen hast möchte ich meine entzauberung direkt an triggern wenn du nämlich eine karte ziehst ja dann musst du eine zufällige karte von der hand abwerfen und dann die obersten zwei verwandeln ich muss eine zufällige ja kann nicht mal aussuchen wenn ich die wir verband war zwei in der stand bei ja möchte ich den ronischen schlummer auf meinen huggeln aktivieren ja kann nicht durch kampf und du musst drei und dann lasse ich meinen brunnen trigger ja ja leider ich habe nur ein duel weil ich danach den bock mehr habe okay ich bin mag ihre position warst du nur so viel ich bin noch nicht magierte fusion ich spiele magie schlüssel welt aha ich glaube mir ich bin noch ein magie schlüssel karte auf die hand holen so so die schlüssel baron streiber rosa barba rouge perfekt magie schlusser welt ich lege eine karte unter mein deck also möchte die ins deck von den deck also kann mir eine machte hinzufügen und lege eine karte von meinem deck und doch einfach machte eine geile machte scheiße kann ich auch nicht dass meine machte verband ich bin auch in der machte gut kann ich nicht machen wie der hat direkt wieder in der aufblüten kann ich würde mal wie man muss suchen bitte danke entschuldigung leute das ist wohl nicht ich könnte schon mit kotzen und jetzt gehen wir sagen wo ich mir eine schöne sünde ja norm ist dann mit springer ja was was macht es dann noch mal ganz perfekt machte ja dann jetzt noch eine normale beschwörung machen ja machte auf normal beschwörung kann ich ein normales monster mein friedhof hin und welche darauf möchte ich reagieren ja mit den frotzigen flüchten was ich annulliere und drei verband natürlich habe ich nicht mehr so viel nach kopf wirklich ich kann mir eine schlüssel zauberkarte auf die feilen karte zetten ja oder zauberkarte genau die entriegelung das war nicht markierte fusion schon wieder die hatte ich habe mich gespielt wird zurück genug dann schützt dich nein aha habe ich kein alberts aber ich nur einen drinnen spielung da ist ich muss meinen dritten frecki ausprobieren wir haben wir nicht eine schöne zeit bett und greifen mit 28 an ja wird nicht zuständig was kann ich kann bis zu zwei anwürfe gegen monster durchführen also 56 ja du bist ja ein pimmel das habe ich nicht gewusst er kommt hier zurück ja ich bin es in weisheit ja klar ist natürlich dann sind auch irgendwie losland ich aktiviere den ruhe nicht peinigenden strom wer macht was die schlüssel den effekt und zerstören denn aktiviere ich den anderen effekt und deklariere nicht nicht aktivieren für dies darf ich jetzt nicht mehr du dich haben ach nee alles gut ist egal ich mache licht aber du hast jemand verliegen müsste ich auch bernd das freudige spiel die pure motivation die lust am spiel mal wieder erleben ich habe leute ein nur erreicht ja auch hier kinder allerdings gegen ruhe nicht als kind ich aktiviere den brunnen und den peinigenden sturm und zwei und triggert ja ich habe gerade die drohe ja sind bei main extra valance sechs und dann möchte ich den goldenen tropfen aktivieren ja ist eine verbrannt die obersten vier noch scheiße 3 ja ja jetzt noch passieren das zweimal angegriffen mit meinem monat aber du hast ja eh mal jeder wurde noch nicht verstorben ja eben stimmt was sind die gesache noch mal alles in meinen verbanden scheiden und das herr der karten ich weiß ich bin würde man ja hat 6.000 handkorten das 6.000 handkorten wächst was kannst du annullieren von dunkelmonster nein gar nichts anulieren dann wieso mit ihm eine eigenschaft deklarieren können und dann ist es eigentlich mit den anderen ritualen alles gut der macht nur der notiert werden gar nichts er wird nur eine freundschaft er kann nur zweimal angreifen aber diese andere fuhr kann das ja ja mein dem ich nicht spiele mag war stark aus dem herr weil der so schwer rauszukriegen eigentlich heißt das eigentlich hatte ich mal einmal drin habe ja gut ich musste so doll minimieren ich aktiviere die ironische zerstörung mir eine hohe nicht pulsionsmonster ja wir sind noch drin drei dann gehe ich in die bette fels greifen mit frecken den an du musst du zwei karten verwandt so einfach so gut frecken und ich halte keinen schaden ok na gut ok dann machst du bist bist du das war quasi das jene voll detail schön dass ich nur noch gegeben habe aber dafür hat es sich doch gelohnt könnte ich noch mal nehmen ich spiele noch mal ich gehe für die frage wenn es eigentlich in der und weil es aha was nicht ich teile mal ganz kurz jetzt schon wir sind wieder da ich habe gezeigt dass ich gehe für auch und bete bete das letzte neue monster thema quasi also vom typ her was danach kann sage ich mal so aquafisch lege eine karte und dort decken ja eine machte auf der hand zu kommen kommt ja auch die neuer die haben jetzt nur zwei animes lang war schule gepunkt ja ich hoffe das wird man wieder jetzt noch mit sammeln effekt machte ich kann jetzt zu meiner normals haben wir noch eine sammeln zu machen aktivieren magie schlüssel machte um mein ritual monster war auch sprenger zu wenn ich normales muss kontrollieren kann ich ein normales von mein also neue waffel eine neue art von beschwörung kann eigentlich nicht mehr dazu kommen damit liegen kann das letzte was eigentlich eigentlich hat man auch nicht gedacht dass sich auf die idee kommen neue zone aber was könnte man hier ist ja noch platz nehmen irgendwas irgendwas krasses noch durchgegeben was nur die weiter geht ja das nehme ich hier und dann würde natürlich jedes thema noch mal entklingen so weit wie dieses karten bei link und beschwöre mein berufsprenger effekt kann man eine magie schlüsselkarte auf die hand drücken wenn sich dass sie diese bis raus bringen die du es aber nicht die projizieren die anderen ist nicht ich habe den ganzen menschen macht das ist ambitioniert das ist auch jetzt gespielt ist ja bei gx stark bisher und nicht so sind weil die bilden ja ohne ende jetzt deine karten die kannst du aber damit ist ja deine wunden wenn du frühzeitig liegen hast ich so gründen nicht mit so viel gutes leute 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 ist das scheiße die alte vorhaut naja gut ok ja aber jetzt einfach die scheiße so gut Ich weiß nicht. Ich bin der Hass. Hassel. Ja der bringt ja jetzt gar nichts, weil ich ja meinen Wassermann so nicht drin habe. Warum auch immer. Schlimmer, der wird immer wieder. Verbusker? Ich war eigentlich ein Scherz. Du bist. Nee. Du bist Schmerz. Nee, aber ich habe auch nicht so verloren. So in der Drawer? Ja. Was kann er? Eigentlich nichts. Bei einer Anzeige. Warum ist das? Ich will nicht mal, wo mein Wappermod gehört. Nämlich mit dem Wappermod hätte ich mir meinen Stein befreit. Ja. Wie holt? Runnische Sünde. Was macht? Ich möchte mir das. Ähm. Ne Runnischkarte holen. Ne Runnischkarte willst du dir auch in der Hand holen? Und ich muss den Verband. Einer dann. Runnischkarte. Runnischkarte. Annuliere ich. Hey. Hey. Noch ganz säubrig? Frisch. Frech. 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 Verlockung? Also du willst du noch mehr? Ja. Mhm. 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 Spiele ich hätte. Coolische Zerstörung auf die? Und du probierst es vier? Plus einer. Plus einer. Oh ja. Plus einer. Ja. Und dann. Da 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 da. Schlumber? Ja. Und ich mache ihn, dass er nicht durchkraut einen Kampf zu. Und ich verstöre. Verband. Entschuldigung. Du verwandst drei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach komm. Jetzt bist du. Papagoli. Papagoli. Papagopaka. 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 Tja. 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 Also das. Ich bin sie. Geist machen. Verleiter. Weite meine ich ja mit Nina. Ja. Wo nicht auch nochmal encore Tagesze Ang kmarours? Ja, drei plus eine. Christ. irgendwann werde ich nicht mehr zum jugo spielen eingeladen nicht passiert und nun leute der weg bleibt glaube ich noch ja der effekt bleibt auch beim nächsten mal ich möchte gerne den rungspanik in den sturm aktivieren im hinblick auf angriff und vorteil gibt es ich möchte unbedingt die effekte annullieren von dem 3 und dann eine bebrüstet abonniere und kommentieren leiden ja auch kein schönes duell macht gut abonniere und